Quant, wo sind unsere Kaufzonen? Das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit sehr großen Herzen Willkommen zum Quant Spezial Update Video hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute Quant hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, welche Levels sind wichtig, ja was ist unser genauer Fahrplan, wo können wir gegebenenfalls trade-technisch aktiv werden und ganz ganz wichtig, wo sind unsere langfristige Kaufbereiche, beziehungsweise wo ist unsere langfristige Akkumulationszone für den nächsten Bullrun, das heißt das schauen wir uns alles an, das heißt vollgepackt mit Mehrwert und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins nach vorne weg, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rein, Quant-Markt-Kapitalisierung hier bei den 1,5 Milliarden US-Dollar und somit ist Quant hier Coin-Markt-Cap Rang 39 und der Quant-Preis notiert hier bei den 127 Dollar und ist somit mit einem knappen Prozent im Minus im Vergleich zu den letzten 24 Stunden. Gut, gehen wir direkt rein auf den Chart und fangen hier bei Quant auf den Daily-Time-Frame hier an und demnach gehen wir davon aus, dass wir hier bei Quant bei unserem All-Time-High hier bei den 429 Dollar hier eine Welle 1 hier abgeschlossen haben, wir diese mit unserer Welle 2 in Form einer ABC-Korrektur hier nach unten hin korrigiert haben und wir seit diesem Zeitpunkt hier in unsere übergeordnete Welle 3 hier bei Quant hier gehen. Was man noch dazu sagen soll oder muss, dass diese Welle 2 hier quasi unter dieses Tiefe fällt, ist keine Regelverletzung, denn der Quant-Chart geht hier nur, oder die Historie geht hier nur zurück bis 2021 im Juni und den Quant-Token, den gibt es definitiv schon länger, den gibt es glaube ich seit 2018 oder so, falls ich jetzt falsch liege, korrigiert mich gerne, das heißt an dieser Stelle keine Regelverletzung, das hier war nicht der Startpunkt der Welle 1, ansonsten wäre es logischerweise eine Regelverletzung und der Chart würde gar nicht so bullisch für die Zukunft hier aussehen. Gut, fangen wir jetzt direkt an mit den eminenten Kursgeschehen und demnach gehen wir jetzt erstmal auf den 4-Stunden-Time-Frame und dazu sei schon mal gesagt, sollten wir hier irgendwelche Trades jetzt eingehen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe, genau auch wie zu unseren Kaufkursen, halten wir euch da selbstverständlich auch auf den laufenden Link dazu unten in der Videobeschreibung, ich suche jetzt mal noch schnell ein Signal raus, damit ihr hier schnell seht, wie hier das Ganze aussieht, so seht ihr beispielsweise ein Signal aus, aber ganz ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden, ihr könnt es nachmachen, müsst es nicht, das heißt keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle, ihr seht auch schon, das ist jetzt beispielsweise Plus-Trade gewesen, war halt einfach schlichtweg der letzte Trade, den wir hier mit der Gruppe genommen haben, das heißt vollkommene Transparenz, wie ihr hier schon merkt, kommt aber auch monatlichen Trade-Register rein, wie die gesamte Performance dieser Gruppe ist, das heißt ihr könnt euch gerne selbst ein Bild machen, aber diese Transparenz unserer Meinung nach einzigartig hier auf YouTube, auch die Talk- und News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt, kommen von unserer Seite immer die Trade-Ideen rein oder mal kurz dazwischen habt ihr jetzt, falls sich was Spannendes getan hat oder falls du einfach nur den Austausch mit der Community suchst, kannst du da selbstverständlich auch gerne beitreten. Gut, gehen wir jetzt direkt weiter im Kursgeschehen, demnach gehen wir davon aus, dass wir hier unsere Welle 1, die erste Welle von 5 Wellen in dieser übergeordneten Welle 3, hier in Orange, gekennzeichnet, dass wir diese hier ausgeformt haben, in den grünen Kampen mittels 1, 2, 3, 4, 5 hier nach oben und wir aktuell gerade in unserer Wellen-2-Korrektur hier sind. Wie euch auch in diesem Bereich hier gesagt haben, wir gehen noch nicht davon aus, dass das primäre Szenario hier auf einen direkten Breakout hier nach oben hin deutet, sondern dass wir nochmal hier ein Tief unter die 94 Dollar hier brauchen. Darum, da stehen wir auch weiter zu dieser Aussage, denn wir sehen es hier, a, b, c nach unten, wir gehen davon aus, dass die c gefunden ist, weil es einfach von den Proportionen her sonst nicht passen würde, wir demnach in eine w nach unten gekommen sind, in eine x in Form von w, x, y hier nach oben und wir jetzt nochmal abverkaufen, ganz, ganz wichtig, hier kann sich nämlich auch um ein w, x, y, x, z hier handeln. Diese Alternative besteht hier definitiv auch, das können wir euch jetzt nicht sagen, dazu müssten wir Quant hier auf täglicher Basis hier analysieren, aber wir haben hier gerade Double Upload, das heißt gegebenenfalls kommt Quant eben nochmal im Double Upload, dann können wir euch dazu ein Update sagen. Aktuell sieht dieser Move hier nach unten korrektiv aus, aber das Ding ist, wir erwarten hier nach unten einen korrektiven Move in einer Welle y, aber auch eine Welle x in Form eines w, x, y, x, z wäre hier eben ein korrektiver Move. Da müssten wir dann schauen, wann hier ja eben eine signifikante Reaktion an gewissen Levels hier reinkommt. Können wir uns mal das Fibonacci Level hier reinladen und schalten uns hier mal unsere Vorlage diesbezüglich an und wir sehen es, wir sind aktuell gerade am Golden Pocket. Das heißt, sollten wir hier jetzt einen impulsiven Anstieg hier nach oben sehen, wäre das schon mal das erste Zeichen, dass wir gegebenenfalls nochmal dieses High hier rausnehmen könnten und dann gegebenenfalls in die Region 176 Dollar hier nochmal kommen. Golden Pocket wäre aber statistisch gesehen der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Rejection. Sollte dieses hier fallen, wäre der nächste starke Widerstand 200 Dollar 0, sie macht es extra Fibonacci Level in Kombination mit der psychologischen Marke und spätestens hier gehen wir dann davon aus, dass wir hier dieses W, x, y, x, z dann eben hier gefinisht haben, um dann, ganz ganz wichtig, um dann weiterhin hier runter zu drehen in die 80 bis 60 Dollar Region, wo wir dann auch langfristig hier wieder Positionen aufstocken können. Das heißt, das ist in jedem Fall hier unser primäres Szenario, ob wir jetzt hier nochmal den Umweg nach oben gehen, stand jetzt aufgrund von Bitcoin, da es eben eine positive Korrelation gibt, das heißt, wenn Bitcoin steigt, steigt höchstwahrscheinlich auch Quant, wenn Bitcoin fällt, fällt höchstwahrscheinlich auch Bitcoin und wir aktuell bei Bitcoin im primären oder im leicht primären Szenario eben von direkt fallenden Kursen hier ausgehen, müssen wir das hier bei Quant auch die Wahrscheinlichkeit in eher Richtung direkten Abverkauf hier einräumen. Jedoch sollten wir bei Bitcoin hier auf ein bullischeres Szenario hier wechseln, sieht es auch eher danach aus, dass wir hier bei Quant nochmal einen Umweg gehen, um dann diese Kurse, ganz ganz wichtig, auch hier anzulaufen. Das heißt, das erwarten wir in jedem Fall. Das heißt, hier sind dann unsere langfristigen Akkumulationspunkte hier gesetzt. Sollte Bitcoin in einem sehr sehr bearischen Szenario hier sein, dass wir auf ein neues Bearmarkt tief hier fallen, dann gibt es sowieso ein Spezial-Altcoin-Update, wo wir alle Altcoins nochmal beleuchten und auch hier dann ganz, ganz schnell und unmittelbar hier die wichtigsten Nachkaufzonen dann für euch aufzeigen. Denn ihr wisst ja, wir stehen noch mit einem Teil unseres Kapitals an der Seitenlinie und das soll selbstverständlich sinnvoll investiert werden. Und sollte es so sein, dann halten wir euch das selbstverständlich hier auf den Laufenden. Das heißt, stell dir sicher, dass du das Abo dalässt und dann wirst du auch zu diesen Thematiken auch nichts mehr verpassen. Gut, dann soll das Ganze schon gewesen sein. Das heißt, zusammengefasst die wichtigsten Marken nach oben in 176 und dann die 200 Dollar und auch in unserer langfristigen Akkumulationsbox hier zwischen den 80 und den 60 Dollar. Gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle schon mal für jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Double Upload und damit Trading und erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.